Hier präsentieren wir die 5 besten Benzinkocher Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Primus Kocher OmniFuel IE mit Brennstoffflasche. Primus Kocher OmniFuel IE der OmniFuel ist der Champion unter den Prime Kochern. Es funktioniert mit praktisch jeder Art von Gas, ob Flüssiggas, Gas, Diesel, Kerosin oder Kerosin, der Küchenbereich bleibt hier nicht kühl. Der Ofen wurde tatsächlich viele Jahre lang intensiv getestet und auch ständig weiterentwickelt. Derzeit ist es tatsächlich viel kleiner geworden und kann auch extrem leise geöffnet und geschlossen werden. Die Düsen sind derzeit von großer Bedeutung und werden auch sicher in den Füssen aufbewahrt. Das 3000 Watt Ergebnis kann vom Controller präzise verwaltet werden. Nummer 4. Katar Dünzwea Rhein Benzinkocher Sie können es kaum erwarten, endlich wirklich Rock unter Ihren Zehen und Fingerspitzen zu spüren, müssen aber trotzdem Ihre Batterien wieder aufladen? Angesichts der Tatsache, dass Optimus vor über 100 Jahren gegründet wurde, ist der Optimus Sphere Kocher ein Kultklassiker für Kletterer und Bergsteiger, die schnell und auch leicht sein wollen. Sein einfacher Stil aus nahezu kugelsicherem Messing nur für reines Gas macht es sehr robust. Der Deckel fungiert als Topf. Es gibt keine losen Komponenten, die verloren gehen könnten. Das Splindelmanagement kann als Gerät für kleinere Reparaturarbeiten verwendet werden. Eine eingebaute Reinigungsnadel sorgt dafür, dass die Flamme zuverlässig brennt und das Abendessen ununterbrochen kocht. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer Dritter MSR Whisperleit International Euro Combo Mehrstoffkocher Mehrstoffofen versorgt bleifreies Benzin, Kerosin oder Kerosin mit Strom. Einfach und äußerst zuverlässig. Einfache Handhabung Selbstreinigung durch Zittern Marktführer seit 20 Jahren Mitgeliefertes Zubehör Windschutzscheibe Wärmereflektor Kraftstoffpumpe Packsack Geräte 590 ml Flasche sowie ausführliche Anleitung Nummer 2. Lixada Multifuel Oilherd mit 500 ml Benzinflasche Hergestellt aus robuster Aluminiumlegierung sowie Edelstahl Effizient hohe Leistung sowie Wärme Zusammenklappbare Installationen mit rutschfesten, gezackten Armen und gepolsterten Beinen 500 ml leichte Kraftstoffflasche aus Aluminiumlegierung Extrem leicht und belastbar Behälterdeckel mit Schnur und Dichtung gegen Gasleckagen Geeignet für mehr Kraftstoffe wie Diesel, Alkohol, gelöstes Öl, Gas und so weiter Leicht und klein, wird ein Aufbewahrungsbeutel für den einfachen Transport mitgibt Und die Nummer 1 unserer Liste Benzinkocher USM 95 Kann nur mit bleifreiem Erdöl mindestens 93 Oktan beladen werden Ausklappbare Füße für einen sicheren Stand des Ofens Brennt 3 Stunden bei optimaler Füllung Für mehr Informationen Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video Danke fürs Zuschauen Abonnieren unseren YouTube Kanal Queühren Sie die Beschreibung